Aus der erste Acht, Zueignung. Wir begeben uns nun zu ganz neuen Räumlichkeiten und zwar der Toilette, die wir mindestens zehnmal pro Tag, zumindest ich verwenden. Kommen Sie. Oh, fuck, gleich zum ersten Lieferkasten. Siehst du sehen, haben wir hier kein Licht. Es ist im Raum dunkel, deswegen müssen wir immer mit einem Feuerzeug leuchten. Bam! Soll ich dir jetzt noch ein paar Sachen halten? Denk ich nach, ist alles scheiße.